Projektmanagement von Webseiten, das ist unser heutiges Thema. Und da ich natürlich nicht alleine darüber philosophieren kann, weil ich einfach da nicht so viel Wissen habe, habe ich mir heute eine ganz charmante junge Dame eingeladen, die Stefanie Schmidt. Hallo Steffi. Hallo. Ja, bei uns heißt sie immer Steffi in der HSB Akademie. Und ja, die werden sich jetzt alle fragen, die uns zuschauen. Und wer ist denn das da? Und deshalb an dich die kleine Bitte, könntest du bitte ein paar Worte sagen an unsere Community, wer du bist, wo du herkommst, wo du hin willst. Gerne doch. Also, Namen haben wir ja schon gehabt, Stefanie Schmidt. Ich arbeite bei der Full-Service-Agentur Webgalaxie in Krüger Systemhaus bei Leipzig. Dort bin ich ja Leitung des Webdesigns. Das heißt, ich beschäftige mich ganz intensiv mit dem Projektmanagement von Webseiten, aber auch diese ganze Nacharbeiten, Umsetzung der Webseiten natürlich auch und bin natürlich auch noch Dozentin bei der HSB im Content-Marketing-Manager. Selbstverständlich. Wir haben nur die Besten bei uns, ganz klar. Und deshalb haben wir auch dich natürlich bei uns im Content-Marketing-Manager. Und da geht es natürlich auch ganz viel um Inhalte, um Webseiten. Und deshalb heute auch unser Thema Projektmanagement von Webseiten. Und du als Leiterin von der Webentwicklung bei Webgalaxie. Wer schauen will, kann gerne auf Webgalaxie.com und DE schauen. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und ja, du kennst dich da ja aus. Wem würde man sonst fragen als in die Leitung vom Projektmanagement? Und ja, da auch hingehend meine erste Frage. Wie startet man denn in so ein Projektmanagement rein? Das ist die erste Frage. Und die da dranhängende Frage ist, brauche ich erstmal grundsätzlich ein Projektmanagement-Tool, um das zu machen? Ja, wie startet man? Am besten setzt man sich erstmal mit dem Kunden zusammen und lässt den Kunden erzählen, was er sich vorstellt. Projektmanagement-Tool, natürlich irgendwo muss man natürlich bestimmte Sachen erfassen. Also wir selber, wir haben unser Intranet. Da werden alle Aufgaben, die dann damit zusammenhängen, erfasst. Die Zeit, die ich dafür aufgewendet habe, natürlich zum einen zur Kontrolle für den Kunden, dass der Kunde sieht, okay, die haben mir wirklich nur das in Rechnung gestellt, was ich benötigt habe. Aber natürlich auch zur Kontrolle für uns, dass wir, wenn wir sagen, okay, wir bieten dem Kunden eine Webseite an, die, was weiß ich, 20 Stunden dauert und wir brauchen prinzipiell im Schnitt 30 Stunden für eine Webseite, dann ist das für uns ja auch nicht lukrativ. Also das heißt, Kontrolle für beide Seiten ist da unumgänglich. Nun komme ich als Kunde, du bist jetzt mal Agentur, ich bin Kunde, so der Klassiker. Nun komme ich als Kunde, haben natürlich Riesenvorstellungen. Also erstes, ich möchte eine tolle Seite machen, die natürlich irgendwie Google sprengt und sofort auf Platz 1 gefunden wird und mit ganz vielen Funktionen. Wie ist das so bei den Kunden, wenn du auf die triffst, haben die wirklich so Riesendimensionen in den Gedanken oder ist das jetzt nur eine Vorannahme von mir? Teils, teils. Also wir haben Kunden, die kommen zu uns und sagen, ja, ich habe gehört, ich brauche eine Webseite, es ist gut, wenn ich bei Google gefunden werde, aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Das ist der eine Teil der Kunden. Und dann haben wir Kunden, die haben solche Vorstellungen, die wollen am besten alles haben, die wollen eine Sprachsuche haben, die wollen tolle Funktionen haben und alles dem Kunden das so einfach wie möglich machen. Und da muss man natürlich auch erst mal differenzieren, wo geht es denn überhaupt hin? Also braucht man das wirklich? Genau. Man trödelt, also nehme ich mal an, erstmal die Ideen des Kunden so auf in dem Projektmanagement. Man schaut also nach dem Erstgespräch sicherlich erstmal, okay, was will der haben, was sind die einzelnen Komponenten? Teilweise schon direkt im Erstgespräch, dass man zusammen mit dem Kunden schon einen Fahrplan entwickelt. Macht sich da so eine Checkliste gut, dass sie sagen, ich habe so eine Checkliste, die arbeite ich ab, so was will ich, fang an beim Design, bei Zusammensfunktionen oder sagst du, okay, eine Agentur macht das meistens aus der Erfahrung heraus und fragt dann gezielt nach? Naja, kleinere Webseiten, also wenn es jetzt hier wirklich nur eine Webseite ist, nach dem Motto, ich bin Handwerker XY, ich möchte mich vorstellen, nur einfach nur, dass wir meine Leistung kurz präsentieren und da braucht man jetzt keine Checkliste mehr. Da weiß man ganz genau, okay, es gibt vorher ein Layout, dann gibt es die Umsetzung und dann darf der Kunde irgendwann selber ran. Aber wenn es dann halt wirklich größere Projekte sind, wo dann jetzt nicht nur eine Präsentation ist, sondern auch viele Funktionen sind, dann muss natürlich schon eine Liste, zum Beispiel ein Lasten- oder Pflichtenheft, je nachdem was man dann da vereinbart, erstellt werden, wo man diese Funktion genau definiert, wo man sich dran lang orientiert nach dem Motto, okay, das haben wir jetzt schon, brauchen wir jetzt noch was und genau. Okay, also am besten ist, wenn ich jetzt größere Projekte mache oder schon so mittelgroße Projekte mache, dass ich schon anfange, irgendwie im Fahrplan zu machen, wenn ich ins Erstgespräch reingehe, also was muss ich überhaupt wissen? Weil der Kunde hat ja bestimmt auch manchmal Vorstellungen, wo du sagst, okay, der hat jetzt überhaupt keine Dimension zu dem, was er da als Budget bereitstellen will. Ja, das ist schon richtig, aber im Normalfall kommt sowas dann im Gespräch mit dem Kunden schon, also natürlich informiert man sich vorher, was ist der Kunde, was macht er so, was macht so die Konkurrenz, dass man da auch schon mal guckt, ich kenne mich ja nun auch nicht von Haus aus in jeder Branche aus, das heißt, was jetzt unbedingt so ein Immobilienmakler auf diesem etwas höheren Niveau macht, das muss mir, also das ist mir auch nicht unbedingt immer bekannt, das heißt, da gucke ich dann erstmal bei der Konkurrenz, was macht die und dann höre ich mir an, was der Kunde wünscht und dann kann ich sagen, okay, ja, ist üblich oder sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob das hier Sinn macht. Geben die meisten Kunden auch im Design schon irgendwelche Richtungen vor, wo es hingehen sollte, oder? Auch das ist wieder komplett unterschiedlich, also wir haben teilweise Kunden, die sagen, ich war bei meinem Konkurrent auf der Seite, die Seite fand ich ganz toll, dann haben wir Leute, die waren auf ganz anderen Seiten unterwegs, die thematisch gar nicht dazu passen und sagen, das fand ich ganz toll und andere sagen, ich weiß gar nicht, was ich möchte, also komplett breitgefächert. Im Projektmanagement hat man auch so eine Art Zeitmanagement, ganz klar, gibt es irgendwie so, wo man sagt, jetzt so lange dauert es so im Schnitt, kann man sich nicht pausal sagen, aber hängt ja immer von der Größe der Seite ab, aber wenn jetzt die Kunden sagen, okay, jetzt rufe ich WebGalaxy an, die kommen jetzt zu mir, machen ein Gespräch, ich nehme mal zwei Beispiele, ich bin ja Handwerker, ich habe eine schöne Bäckerei, meine Lieblingsbäckerei hat übrigens keine Webseite, das muss man sich mal überlegen, finde ich total schade, weil letztens wollte ich nämlich schauen, ob die offen haben, und hatten die keine Webseite, also konntest du nicht nachschauen, das ist schon, ja, dachte ich mir, okay, seid ein bisschen konservativer, aber da hätte ich mich schon gefreut, also wir müssen ja nicht irgendwie ein Livecamp in der Backstube richten, aber so eine kleine Information, wann die gerade jetzt über Jahresende über die Feiertage offen haben, hätte mich schon gefreut, also von daher an die Handwerker da draußen, wenn man auch keine Webseite hat, die Kunden wollen nicht unbedingt euch sehen, aber die wollen vielleicht drei, vier Informationen mal haben. Ja, also einmal mein Bäcker, ohne jetzt den Namen zu sagen, aber das ist wirklich fantastische Brötchen, also ich kann es dir am Nachgang mal verraten, wer will, kann mich gerne anschreiben, gebe ich weiter, wer in Leipzig, das ist ja wahrscheinlich, wenn ich in Berlin wohne, Münsterweg ein bisschen weiß, aber wirklich ganz fantastischer Bäcker. Und dann vielleicht mal ein Unternehmen, was weiß ich, habe ich einen Shop, was weiß ich, haben wir hier Glas vorstehen, ich mache morgen einen Glasshop auf, ich will Gläser verkaufen. Was habe ich so für zeitliche Dinge, also wenn ich hier sage, Bäcker, so schnell wie möglich, beide wollen es so schnell wie möglich, ohne dich jetzt festzunageln, was ich zwar trotzdem mache, aber wie lange ungefähr brauchst du, also was weiß ich, einen Monat oder drei Monate oder halbes Jahr? Im Schnitt dauern unsere Projekte so zwischen wir unterschreiben und wir liefern die Webseite ab zwischen eins und drei Monate. Okay, also einen Monat ist der Handwerker wahrscheinlich, ne? Naja, das kann auch länger dauern, das kommt auch immer auf die Zuarbeiten der Kunden drauf an. Okay, was müssen die für Zuarbeiten machen? Naja, Bilder zum Beispiel. Wenn der Kunde zum Beispiel Bilder hat, wäre es schön, wenn wir die bekommen. Dann muss man, wenn er selber keine Bilder hat, müsste man vielleicht gegebenenfalls auch Fotografen organisieren, wenn man nicht auch vielleicht Stockbilder verwendet, also so was Fotografen zum Beispiel. Dann brauchen wir, also auch wenn, also der eine oder andere Kunde schreibt seine Texte selber, die liefert er uns einfach, dann fügen wir diese auf der Webseite ein, lesen nochmal drüber, ob das alles soweit passt. Andere Kunden sagen, okay, wir wollen keine Texte schreiben, wir geben euch nur Informationen, schreibt ihr mal unsere Texte. Aber diese Informationen müssen wir erstmal bekommen. Wir brauchen Freigaben für das Layout zum Beispiel. Wenn wir dem Kunden einen Layout erstellt haben, wonach wir uns dann orientieren, muss der Kunde das Ganze auch erstmal freigeben. Und das kann durchaus sich auch ziehen. Also ich habe durchaus Projekte, also mein längstes Projekt, was ich momentan laufen habe, das läuft seit, ich glaube, Mai oder Juni 2016. Oh, das ist sehr lang. Das sind dann aber Kunden, denen man dann wirklich sehr häufig hinterherlaufen muss, wo man dann auch öfters mal nachfragen muss und man monatelang teilweise wirklich, ich habe, ich glaube, jetzt fast ein halbes Jahr von dem Kunden nichts mehr gehört. Also das heißt, das sind dann schon mal Sachen, die sich ziehen. Na gut, das liegt ja am Kunden. Aber ich würde mal sagen, nehmen wir mal an, ich jetzt als Bäcker, würde sagen, okay, du schickst mir eine Mail und übermorgen hast du es. Zeitfenster so vier Wochen. Also das ist das Schnellste, was ich je geschafft habe, das war so eine One-Page. Das heißt, alle Informationen auf einer Seite, Layout erstellen, Webseite online stellen, waren glaube ich drei Tage. Da war aber auch alles da. Ja, da hast du aber wirklich 24 Stunden am Tag gearbeitet. Und jetzt bei so einem Shop-System, wenn du sagst, ich will ja 500 Artikel einstellen und dann dauert es schon mal länger. Also mit 500 Artikel einstellen, ja, das dauert dann schon eine ganze Weile, aber das Grundsystem und dass die Artikel eingestellt werden, da sind wir auch schon mal zwei, drei Wochen dabei. Ja, okay. Genau. Also wie gesagt, ist zeitlich überschaubar. Also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, okay, ich habe jetzt die Idee und ich habe das Budget und ich will es jetzt umsetzen, dann geht es auch relativ zügig. Genau. Je nachdem wahrscheinlich auch, wie viele Aufträge ihr habt, ganz klar. Ja, also ich habe jetzt, sag mal, gibst du den Kunden einen gewissen Zeitplan vor oder sagst du, okay, in den Steps könnt ihr, wenn ihr zuliefert, rechnen oder lasst ihr das vollkommen offen? Naja, wir versuchen dem Kunden schon eine Orientierung zu geben. Viele Kunden fragen natürlich auch, okay, wie lange dauert das denn jetzt in etwa? Und dann sagen wir halt, okay, je nachdem, wie die Zuarbeiten laufen kann, das so sich zwischen ein und drei Monate. Und das klappt auch in den meisten Fällen. Okay. Also der Zeitplan steht dann sozusagen. Zu arbeiten, also du hast es schon gerade gesagt, Thema als Fotograf, wenn ich jetzt da bestimmte Bilder will oder irgendwelche Videos oder sowas, vermittelt ihr das dann als Agentur? Also manchmal haben die Kunden selber ihre Fotografen. Okay. Und aber ganz häufig haben wir ganz nette Leute an der Hand, die wir dann da vermitteln. Okay. Wenn man jetzt, sieht der Kunde den ersten Entwurf, wie oft ist das, dass der dann sagt, nee, ich habe es mir anderes vorbestellt? Auch das passiert schon relativ häufig, aber meistens, also im Normalfall sind es wirklich marginale Änderungen. Mal ein Bild tauschen, mal sagen, okay, das Element ist mir zu klein, das ist zwar mein Hauptaugenmerk, das sollte da drauf liegen. Es passiert auch mal, dass der Kunde sagt, das gefällt mir gar nicht. Das ist Geschmackssache und wenn man dann halt mal wirklich einmal komplett dran vorbeigeht, dann passiert das halt auch. Aber das ist halt eher weniger, also ich sage mal 90 Prozent der Fälle kriegen wir gleich nach dem ersten Mal ein Okay oder mal vielleicht ein Bild tauschen oder sowas. Wenn ich jetzt Projekt, wenn ich mache für so eine Website, wenn ich jetzt ein Agentur bin, ich habe also jetzt das Erstgespräch hinter mir, weiß, wo der Kunde hin will. Ich habe mir einen Zeitplan selber gesetzt, muss ich ja auch, wenn ich meine Projekte mache, selber formulieren, wie Zeit ich verbringen will. Dann muss ich es ja auch tatsächlich ein bisschen zum Kunden kommunizieren, so nach dem Motto, ja, spätestens im August ist seine Seite fertig. Und dann gehe ich in die Programmierung. Wie oft gibt es da Zwischen-Steps, wo ich dann mal nachfragen muss? Also dass ich sagen muss, sind wir auf dem richtigen Weg? Also klar, bei einer One-Page oder bei meiner Handwerkerseite wird es natürlich vielleicht maximal einen Step geben, weil da wird nicht so viel sein. Aber wenn ich jetzt einen Shop mache, dann gibt es ja schon verschiedene Dinge, gerade auch in der Conversion, die ich vielleicht beachten muss, wo es hingeht. Der erste Step, den wir haben, ist ja nach dem Layout. Das heißt, bei uns im Unternehmen ist es so, dass wir ein Layout der Startseite machen für die Desktop-Ansicht und das nimmt der Kunde uns ab. Das heißt, wenn denen das gefällt, dann geht das erstmal in die Umsetzung und dann werden ausgehend von diesem Desktop-Startseiten-Layout sowohl die responsiven, also Mobil, Tablet und so weiter Ansichten gemacht, als auch die Unterseiten gestaltet. Und dann geht das erstmal den Kunden raus. Das heißt, da hat der Kunde das erste Mal die Möglichkeit zu sagen, okay, gefällt mir. Im Normalfall weiß ich ja schon durch mein Vorgespräch, was der Kunde für Funktionalitäten möchte. Das heißt, der Kunde prüft diese Funktionalität, ob das alles seinen Vorstellungen entspricht und sagt entweder, okay, genau so oder hat noch extra Wünsche oder sagt, es ist nicht ganz so. Das heißt, eigentlich schon jede Funktionalität, die wir auf der Webseite haben, die wird eigentlich separat überprüft und der Kunde sagt, okay, genau so oder mir fehlt hier noch was. Das sammelt man dann so, also das ist ja sicherlich ein Verlauf, so eine Programmierung. Ich starte mit dem Layout, dann kommt die Funktionen dazu, Plugins, wie auch immer, sammle ich mir dann sowas und sage, okay, jetzt bei so einem Projekt von so einem Shop, da setze ich mich, was weiß ich, alle 14 Tage mit dem Kunden zusammen und wir schauen drüber, wie ist der aktuelle Stand und gefällt dem Kunden diese fünf Funktionen, die ich da drin habe und dann mache ich die nächsten fünf Funktionen. Ist das sinnvoll oder sagt ihr, okay, wir programmieren das jetzt durch und korrigieren dann im Nachgang. Das ist komplett unterschiedlich. Okay. Auch so, wie es der Kunde natürlich wünscht. Wie würdest du es denn wünschen jetzt aus Agentursicht, also dass man sagt, okay, aus Agentursicht wäre das für mich eigentlich der beste Ablauf. Das ist auch wieder komplett unterschiedlich. Das ist okay. Also es ist auch nicht unbedingt immer möglich, dass ich mich alle 14 Tage mit dem Kunden zusammensetze, weil der Kunde, teilweise haben wir Kunden aus München, also hier in Leipzig, München ist jetzt nur nicht der nächste Weg, dass man da mal schnell ins Auto springen kann und sagt, wir fahren vorbei. Na gut, man kann es auch online machen. Ja, aber es ist manchmal von Vorteil, wenn man wirklich nach jeder Funktion sagt, okay, wie schaut es aus. Manchmal ist es auch einfach, dass man einen festen Plan hat. Also wir hatten vor zwei Jahren haben wir mit einem Kunden angefangen, auch ein längeres Projekt. Da haben wir uns wirklich regelmäßig alle 14 Tage, also anfangs alle 14 Tage, dann alle vier Wochen zusammengesetzt, um den aktuellen Stand herauszufinden. Da gab es halt auch nicht unbedingt Funktionen, die man zwischenzeitlich überprüfen konnte, sondern es war halt eine große Webseite. Und deswegen hat man dann immer den Zwischenstand geguckt, funktioniert das so und dann weitergemacht. Okay, also du würdest jetzt sagen, aus deiner Sicht heraus wäre es auch besser, egal über welchen Weg, außer wenn ihr jetzt gerade, was weiß ich, aus München kommt, wenn es jetzt von Leipzig für eine Münchner Agentur umgedreht ist, deshalb ist das okay, mir wäre es schon lieb, die einzelnen Steps auch mit dem Kunden abzusprechen und dafür quasi ein Go zu kriegen, als im Nachgang jetzt irgendwas nachkorrigieren zu müssen. Naja, es ist natürlich umständlicher, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne einen Job, ich programmiere dem als Bezahlung Rechnung und Paypal rein und er dann nachher sagt, ich wollte Kreditkarte. Da sind dann natürlich auch nachher Sachen, die dann besser werden, wenn man es natürlich erst mal vorher weiß, aber dann auch relativ zeitnah nicht, dass ich dann alles fertig mache und er dann zum Schluss alles überprüft und sagt, naja, wo ist denn jetzt meine Kreditkarte, die wollte ich doch auch haben. Aber sowas legt man dann quasi in diesem Lasten- und Pflichtenheft fest, ne? Genau, also im Normalfall schon. Es ist nicht unbedingt immer machbar, so ein Lasten- oder Pflichtenheft zu machen, aber das wäre normal. Aber aus der Erfahrung macht es dann, glaube ich, beim Shop-System schon Sinn, den Kunden erst mal nachzufragen, ne? So nach dem Motto, hallo, welche Bezahlfunktion willst du eigentlich haben? Also das ist ja sicherlich dann auch eure Kompetenz zu wissen in den einzelnen Steps, worauf muss ich achten, worauf muss ich den Kunden drauf hinweisen, weil meistens ja die Kunden, die sehen irgendwas, das gefällt denen, dann wollen sie es haben, aber haben meistens ja gar keine Ahnung, was wirklich dahinter steckt. Also von daher denke ich mal, ist ja eure Kompetenz einfach, dass ich sage, hier, sind wir an dem Punkt und bitte bedenkt das und das. Oder ihr habt ein Kontaktformular, da müsst ihr das und das vielleicht bedenken, wie wollt ihr es denn haben? Weil der Kunde meistens kann es ja gar nicht wissen, er programmiert es ja nicht. Das ist schon richtig. Also im Normalfall versucht man das schon in diesem Vorgespräch alles rauszubekommen. Aber es ist, wie gesagt, auch schon ganz häufig so, dass der Kunde teilweise gar nicht wirklich weiß, was er möchte. Okay. Dass er dann schon sagt, okay, naja, okay, Paypal klingt gut, weil jeder hat Paypal, aber dann vielleicht Sachen vergisst, dass nicht jeder Kunde Paypal zum Beispiel hat oder wenn man jetzt mal von der Bezahlung weggeht, dass man sich überlegt, okay, wie versende ich überhaupt? Versende ich jetzt über DHL, Hermes, was auch immer? Was sind da für Kosten? Und das kann natürlich auch alles, Abholstationen, das kann man ja auch alles irgendwo integrieren. Aber im Normalfall differenzieren wir da auch immer nochmal ein bisschen, es gibt kleine Shops und es gibt große Shops. Und so ein kleiner Shop zum Beispiel mit so einem CMS umgesetzt, wie WordPress, hat ja dieses WooCommerce zum Beispiel als Shop-System dran. Das ist von der Bedienung und von der Einstellung her und von der Programmierung her wesentlich einfacher, als wenn man dann so ein großes Shop-System wie Modify oder was weiß ich nicht, was es alles gibt. Worin unterscheiden Sie? Naja, so ein WooCommerce WordPress ist halt eigentlich eher was Kleines. Für kleine Shops. Für kleine Shops genauso. Also man kann zwar viele Produkte reinmachen, aber wir haben hier zum Beispiel keine Möglichkeit für eine Warenwirtschaft, die man damit irgendwo dran packt. Ach so, okay. Was für die größeren Systeme, da hat sich irgendwer schon Gedanken über Schnittstellen gemacht, die man da relativ einfach integrieren kann in diese ganzen Warenwirtschaftssysteme. Also diese Shop-Systeme sind halt auch dafür besser ausgelegt. Ja klar, wenn du einen Riesen-Shop hast, brauche ich ein Warenwirtschaftssystem dran, sonst geht es ja gar nicht. Wenn ich das alles übertragen möchte, dann wird es ja wahnsinnig. Also das ist gar nicht möglich. Ja gut, da muss man dann als Kunden wahrscheinlich dran denken. Ja, Projektmanagement. Irgendwann gibt es einen Projektabschluss. Ihr habt die Seite programmiert, der Kunde hat genickt. Gibt es dann nochmal so eine finale Sitzung oder wie wird so ein Projekt bei euch beendet? Bei uns ändert ein Projekt meistens, dass der Kunde eine Schulung kriegt. Das heißt, der Kunde kommt dann noch einmal zu uns, da werden dann vielleicht nochmal final Kleinigkeiten ausgebessert, die dann vielleicht dem Kunden fällt auch sehr häufig im Nachgang auf, dass irgendwas nicht funktioniert. Denen sagt man vorher, naja, ist alles in Ordnung? Ja, genau so, wir können online gehen. Und dann kommt danach dann die Liste mit E-Mail. Ja, uns ist das aufgefallen, uns ist das aufgefallen. Und sowas kann in dieser Schulung natürlich auch nochmal. Und im Normalfall halt durch diese Übergabe, der Kunde fängt an, diese Seite zu bedienen, ist das Projekt für uns abgeschlossen. Okay. Und dann? Gibt es eine nette Bewertung für uns und dann war es das. Immer klar. Ist ja logisch. Ja, vielen lieben Dank, Steffi, für deine Informationen zum Projektmanagement von Webseiten. Also draußen, gerade für die, die vielleicht mal eine Agentur aufmachen wollen, in diesen Bereich reingehen wollen, ja, beachtet vor allem die Dinge, euch einen Plan zu machen, nach Möglichkeiten mit dem Kunden relativ zeitig schon abzusprechen, was der Kunde will. Eventuell, wenn es möglich ist, die Zwischen-Steps absegnen lassen und am Ende natürlich den Kunden auch ins System zu schulen, damit ihr, wie du so schön gesagt hast, auch noch letzte Dinge vielleicht dann korrigieren, rundschleifen könnt, wie man so schön sagt. Und ja, vielen lieben Dank. Gerne. Euch draußen eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich freue mich auf euch und vielen Dank, Steffi, dass du da warst. Gerne. Tschüss.